Also kennengelernt haben wir uns vor fünf Jahren an der Uni und... Vor sechs? Sechs. Und naja, sie hatte irgendwie schon von Anfang an ein Auge auf mich geworfen. Ich konnte dich nicht ausstehen. Aber dann habe ich ihr einen Blumenstrauß geschickt. Das waren wunderschöne Rosen. Tulpen. Tulpen. Am 14. Februar ist Valentinstag. Flora.